Hallo, ich bin der Armin Nachlinger, Jugendpfleger von der Gemeinde Burkirchen und ich stehe heute an unserem neuen Pump-Track, den wir jetzt letzten Freitag um 14 Uhr offiziell eröffnet haben. Seitdem ist hier die Freude riesengroß. Jeden Tag geht quasi schon ein Fest ab für die Jugend. Ewig viele Jugendliche und Kinder kommen jeden Tag und nutzen den Pump-Track eigentlich schon die Tage vor der Eröffnung. Da sieht man, wie neidisch gut, dass der angenommen wird. Das ist jetzt der Pump-Track, der ist jetzt soweit einmal fertig. Es sollte natürlich über das Gras drumherum jetzt wieder anwachsen, dann ist es ein bisschen schöner im Grünen. Und wir müssen noch Bänke aufstellen für die Besucher und auch für die Jugendlichen. Da werden wir noch Bänke, Tische aufstellen und noch ein paar Mülleimer mehr. Genau. Und ansonsten planen wir von der Jugendpflege Burkirchen dann auch schon allmählich die ersten Events, dass hier dann auch manchmal noch besondere Highlights stattfinden. Aber momentan das Highlight ist, dass es so super angenommen wird und nicht jeden Tag so dermaßen früh los ist. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020